Yo, Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute zeige ich euch mal meine Bauarten. Dazu beginne ich direkt mal mit den Fassbridschen. Und ja, ich glaube jeder von euch kennt Fassbridschen. Und zwar das hier. Das kennt so gut wie jeder von euch, glaube ich, hoffe ich. Weiß ich nicht. Das ganz normale Bauen, das kann ich auch. Dann das, ups, dann hier dieses Bauen. So, dann muss ich mal, ich weiß nicht, wie man das nennt. Keine Ahnung, diese eine Seite, andere Seite, eine Seite, andere Seite, eine Seite, andere Seite. Das kann ich auch. OneStack, Easter. Ich glaube, das kann so gut wie jeder. Keine Ahnung. Und, bisschen no shift, aber, ups. Da muss ich mal Game Mode 1 gehen. Äh, Game Mode 0. Nee, erst mal Game Mode 1. Noch ein paar Blöckchen. Wieder Game Mode 0. Ja, also, so weit kann ich das schon. Ich übe halt immer mal wieder so. Und, es ist übelst schwer, also dieses, keine Ahnung, man muss halt aufpassen, dass man richtig baut oder spielt. Weil, das ist nicht ganz so easy. Also, Leute, ihr seht's. Ich übe immer wieder, aber ich hab auch nicht so den grasen Klickspeed, ihr seht's oben links. Leute, das kann ich, also so schräg kann ich das eigentlich noch ganz gut. Aber, dann hört's auch schon auf. Aber, so, dieses kann ich. Dieses. Ups. Hier, dieses bauen, keine Ahnung. Ähm, wartet. Das hier. So, zwei Blöcke hoch und dann halt platzieren. So, das kann ich. Butterflyen. Ja, gut, keine Ahnung. Ihr seht's. Soll ich mal eine Zahnbürste holen? Ja, gut, wir sehen's gleich wieder. Ich höre mal schnell eine Zahnbürste, mal schauen, ob's damit geht. Bis gleich. So, da ist der Lukas auch wieder zurück. Mit, ne, Zahnbürste. Ich weiß nicht, ob das geht. Oh, fuck. Da macht die direkt erstmal einen Abgang. Okay. Gut, ich muss mal gucken, wie ich das time, ich bin gleich wieder da. Ähm, ja, bis gleich. Okay. So, und der Lukas ist mal wieder da. Ähm. So, Game Mode. Gut. Oh. Ich hab jetzt mal ne andere Maus genommen. Und. Gut, das gibt keine Klicks. Klicks, bis gleich. Lukas bringt Zahnbürste weg. Und der ist mit hin geflanscht. So, da ist der Lukas auch mal wieder da. Und der ist mit hin geflanscht. So, dann probieren wir's mal mit ne anderem aus. Leu. Joa, wird Leute, wa? Joa, ich seh's schon wiederkommen. Das schneiden wird nicht einfach. Ähm. Wenn ihr mit, wenn ihr Tipps habt, wie man no-shiften kann, oder wie man besser no-shiften kann, nicht so wie die Geli hier. Ja, gut, Leute. Dann würde ich sagen, was das mit den Bauarten, die ich kann. Und. Joa, dann. Wenn's euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like da. Und. Ja, gibt's noch irgendwas? Nö. Dann. Ciao. 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 Ciao.